wieder retour wir können ein stück geschwimmern wo gehst du hin das ist auch die nächste insel aber das ist weit da drüben ist nicht so weit oder ich bin weg wo bist du ich bin von dir gefluchtet ich weiß wie immer ich renne da mal rüber wenn ich rüber komme ich kann auf jeden fall steine laufen ich habe einen salamander gefunden und salamander habe ich auch ernte die beiden blühenden magischen sträuche dabei sammelst du magische blüten aus denen man magische staub entkraften kann wo sein holo ich bin noch immer auf der insel ich nicht ich habe nämlich deine ziege gesehen und baumwolle und ich habe in holen ich habe in holen gesehen ich kann nicht so weit schwimmen ich auch nicht aber ich kann nicht nach oben doch wie geht das lehrtaste habe sie schon zum sechsten achtzigsten mal schon gesagt ich habe angefangen ich habe angefangen ich komme ich komme mein inventar ist hier voll doch stimmt na und warum steckst du die eigentlich nicht weg ihr seid dann immer eine million mal spaß was denn spaß und jetzt muss ich da rüber schwimmen oder was komm doch zu dir wo wenn du da bist ich sehe dich auch nicht wo du seien ich bin wieder dort wo man wohnt jetzt bist du wieder dort wo ich war oh mein gott und ich bin zurück geschwommen der macht mich fertig der macht mich fertig hallo bleib stehen jetzt bleib stehen bleib stehen bleib stehen bleib stehen ich bin geschwommen und nicht gerannt kapitän blitz 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 ja unser kapitänsboot ist ja abgesoffen stimmt nicht dass du es so oft gesagt hast danke sani danke er hat nämlich kein einziges mal gesagt lüge 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 nix lüge lüge mal schauen siege ziege oooooooooh komm lass pieksen ziege danke sani ich habe keine munition danke sani verstehe ich nicht ich ein hase ein hase Ich hab ja da gerade so viele... Das war eine ganz weiße Ziege. Oh, darf ich nicht streicheln? Streicheln, hab ich gesagt. Nicht hauen. Das war hauen. Da, 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 schwa, 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 schwa. Was dann? Ganz viel Baumwolle. Da, 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 da. Wo bist du? Wo bist du? Bei der Baumwolle. Am Strand. Geh beim Strand entlang. Aber da hinten ist auch Baumwolle. Wie kann ich denn nachladen? Was kannst du nachladen? Die Pfeile nachladen. So, jetzt können wir dann bald wenigstens vielleicht... Pflanzen, pflanzen, pflanzen. Viele, viele, viele Baumwolle. Viele, viele, viele Baumwolle. Viele, 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 viele. Bleib dort stehen, wo du bist. Da gibt's auch Baumwolle, hab ich gesehen. Na, was willst du von mir? Was? So, warte mal, wo bist du? Hä? Sonstiges, äh, bitte, telefonen, wo du sein? Bei der Burg, oder warst du bei der Burg? Nachladen, eher. Und dann nämlich auch Baumwolle. Ich bin doch eher, oder? Das tut nicht nachladen. Ich habe keine Munition. Ich habe doch Pfeile hergestellt. Häppel nicht. Häppel nicht. Häppel nicht. Häppel nicht. Häppel nicht. Häppel nicht. Was ist das? Der Hase. Ach, Rühe. 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 Warum sind das so viele? Mais? Hallo? Da drinnen. Zack, öffnen. Ah, da ist auch Mais drinnen. Rühe. Was ist das? dumped da. Schon da ist irgendwie. Rühe. Wie viel Baumwolle da gibt. Wunden die ja attласen. kann man schon ganz viele schießen die falschen feine hergestellt schmutz schmutz und ein fliegenpilz oder sein warum ist die gesperrt blödsinn höhlenpilz höhlenpilz ich habe deine truhe gefunden heute ist gesperrt ich glaube kann ich die mitten hin machen mit der hacke drauf geballert wo wischen du ich bin da drinnen in der höhle aber da ist eine truhe die kriege ich nicht das geht nicht ich kann die truhe nicht aufmachen ja ich bin baumwolle holen das ist eine banane wie kommt man darauf dass er die schoben auf den turm welchen turm auf den ich kann alles sehen irgendwas liegt da oben am tisch ich will das haben was denn das was da oben am tisch hängt ouch ich will eine leiter und sterben sterben tot alles verloren und warum tust du das weil er spaß macht ich hab echt alles verloren was ich hinter hatte ich hab alles alles verloren was ich hinter hatte warum machst du das weil du mich dazu zwingst ich hab die spinnen die römer ich brauch bitte eine leiter die spinnen doch immer die römer die spinnen doch immer die römer die römer die spinnen doch immer deswegen gibt es auch die römer das kann ich nicht machen die leiter wie schaut es mit blöcke aus kann ich blöcke machen nope warum nicht weil das nicht geht weil das nicht geht die blöcke sagen nein die blöcke sagen nein die blöcke sagen nein und du ja hallo hallo warum kann ich das nicht machen aua ich brauche eine leiter ich habe Hunger weil ich darauf will wo willst du rauf da rauf auf den turm du musst sagen hex hex ich will da rauf was ich will ah weißes pferd habe ich da gesehen da musst du sagen hex hex hab ich steine eingesteckt steinbrocken ja hätte ich stein vielleicht brauche ich nur einen stein ha möbel genutzt nee genutzt ähm block Steinblock Strohblock was Kraft Kraft danke 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 was ist das rollo cheated was haben sie es gesehen rollo cheated warum kann man das nicht nehmen du musst nicht nehmen du musst nicht nehmen etwas am tisch liegt komm ich hinsetzen 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 hinsetzen